Ich muss jetzt mal meine blaue Herakon LR3, LR5 Das ist in der Stabilität Na guck Und direkt mal den guten Spawngrund Mehr kann man nicht wollen So einen haben wir schon So eine B ist sicher Juhu Sniper Headshots gemacht In 20 Sekunden Daneben ging es nicht in 3 Spielen Und noch einen Und schon wieder einen 5 Killserie mit 5 Sniper Headshots Mal angeschossen So eine B ist sicher Und noch ein Sniper Headshot Das wäre dann 6 von 6 Spiele Munition Komm ich bei 7 von 7 an Kommt da einer? Ne Und überhaupt noch? Ach komm ey Ach komm ey Wenn er einfach da durchlaufen kann Nix C Zone C verloren Schwere Munition verfügbar Ja klar Zone A neutralisiert Das ist ja wahnsinn Das ist ja wahnsinn Das ist ja wohl ein Wahnsinn Das ist ja wohl ein Wahnsinn Nein Danke Danke Nein Und dahinter der Killt nicht Oh Mann ey Was ist der denn noch nicht? Das blaue ist echt gut Oh keine Mission Bäh Ja, gibt auch noch welche. Sind der. Danke. Ist der 8. Sniper Headshot jetzt, oder? Nein. Ach komm, es sind da 2 Stück. Eben stand da kein Mensch. Ja, genau. Perfekt. Ist da wieder keiner. Ist halt schon nice. Wie geht denn das immer? Wenn ich nicht bereit bin, stehen da 2 Leute. Und wenn ich bereit bin, ist da kein Mensch. Ja. Ja. In Führung. Zone A verloren. Der Feind hat Zone A erobert. Ist doch einer. Zone 10 neutralisiert. Zone 10 ist sicher. Führung abgegeben. Führung übernommen. Ah ja. Da ist noch einer. Oh nein. Schon mal noch einer. Halt. Halt. Es geht mir ab, Mann. Blaues Sniper. Wenn du das Wache nicht dabei hast, dann tut's die auch. Einer hat schon gesagt. Schwere. Korrekturmaßnahmen. Mit Panzerbrechen geschossen. Klingt halt hier auf der Map nicht so wahnsinnig viel. Danke. Hat schon mal neun. Was willst du da denn machen? Der Scherung mit Züngerschaft auch nicht, oder was? Geben sowas. Wie geht sowas? Wer ist keiner? Ist auch keiner mehr? Ja, klar doch. Automatikgewehr. What the fuck. Wie spaw ich denn hier, wenn wir A gar nicht haben? Ich bin unnustig. Ist der mich noch killt, wenn zwei Leute vor ihm stehen? Mich hätte er fast jetzt noch gekriegt. Ja komm, jetzt ist es nicht da hoch. Ich will C verteilen. Ja komm, jetzt ist es nicht da hoch. Ich will C verteilen. Sehr gut. Ja, C annehmen bitte. Sehr vernünftig. Wieso fühlen wir eigentlich nur so ein bisschen? Wir haben die ganze Zeit zwei Zonen. Jetzt sind wir gleich drei. Hä? Das müssen wir ihnen erklären. Ist keiner mehr. Zone A ist sicher. Zone C ist sicher. Wir haben alle Zonen erobert. Zone C ist sicher. Und tschüss. Ja, A können sie haben von mir. Ich nehm aber auch alles. Noch mehr Punkte. Stimm mal. Zone A verloren. Der Feind hat Zone A erobert. Und sie ist bestimmt gleich da, wenn wir A erobert haben. Jetzt sind alle zu B. Sieht ja niemanden. Was soll ich machen? Ach komm. Ach komm. Komm doch her. Schwingung in die Zunge. Ah, wenn alle vorrushen. Brauchen diese B. Alle abgeschlossen. Sehr gut. Was ist denn da los? Brauch ich nicht. Ja, den habe ich natürlich nicht gesehen. 5555 Punkte. Nice one. Ja komm, warte. Nein. Ist natürlich nicht. Die sind genau neben dem. Fragezeichen. Ja klar. Kann ich den ja nicht gekillt haben vor mir. Weil sie ein B. Super macht. Lollig. Naja, aber ganz nettes Spiel. Neun Sniper-Headshots. Mit einem blauen Sniper. Beute Schuss. Jelakon. Ender 5. 26. 3.25. Ja. Geht so. Blaues Glas im Gegenstand. Nein. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.